In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden. So not die Zivilisten. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Die ganze Welt würde aufhorchen. Wenn es wirklich stimmt. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Die ganze Welt würde aufhorchen. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das... Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Das ist die Rolle von Hermann Göring. Zu der ich heute den ersten Drehtag habe. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Ich werde noch... Er schleicht ja dann gleich wieder ab. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Was soll das heißen? Sie können Felgelein nicht finden. Jetzt suchen Sie ihn! Äh... 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 Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Er war korrupt. Immer schon. Speer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Künstler. All die anderen, ja, 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 ja! Aber Himmler... Ja, ist das jetzt wahnsinnig geworden! Bitte. Mein Führer, die Russen erzielen Durchbruch auf Durchbruch. Reserven sind nicht mehr vorhanden. Eine Versorgung aus der Luft findet nicht mehr statt. Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Mein Führer, Dann ist die 9. Armee verloren. Verbreit!